ich trau dir zu lösen und dann laufe ich auch noch offen rum ja wow er will mit dem Passwort Whisky hat sich zu 100% Fascho gemacht ich bin der ich verpiss euch alle Whisky kommt zu mir Dimon verpiss ich Whisky kommt zu mir ähm Tor also ich geh jetzt hoch zum Haus ich bin beim Haus alles klar das ist grad ausgesehen ja ja ok Whisky ist ja grad ne Runde berät Whisky pisst euch tötet euch jetzt gegenseitig warte mal 1 2 3 4 der 5 der 6 der rennt wieder weg ja die Golden Eagle wer hat die Golden Eagle ja wer wohl schieß damit auf Simon ok Simon wo bist du du hast dich als einzige entfernt während die anderen davor gestanden sind schieß mich ab schieß mich ab hast du weg gerannt mit dem mit dem Jakob du bist damit auf 7 nee soll ich nicht abschießen nein sollst du nicht warum nicht warum solltest du warum solltest du wenn du T bist glaubst du wenn du T bist 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 Alter ich mach's auch nicht ich mach's auch nicht bist du Tino ich bin Tino ich bin Tino ok soll ich machen ich hab die M16 und ich hab kein ich hab die M16 und ich hab kein wenn du Tino wirst du nicht verlieren der schießt hat auf mich wenn du unbedingt nötig hast wieso ich niemand will tschieß lol sag ich ich bin proven juhu ich denke es ist äh Simon die Golden Eagle hat schon und die Brosse eh nicht aufnehmen haben schon zwei Schüsse verbraucht so nicht genau sie haben sich damit sich getötet erlebt jetzt noch n ich bin noch ich glaube so was tut und sie waren und und er sollte man er hat einen Abgang gemacht ja hier und es ist so hundert auch wenn ich konnte Leiter und die Fall abt dann noch was äh da noch was ich älter ich hätte ihn kurz und hol mir die Sand na wie kann ich den aufnehmen mit Ehe oder ne der Dätsel liegt seine Leiche drauf wenn ich kurz wegmache ne da liegt nichts ich kann den nicht aufnehmen ich hab sie ich hab sie hast du ja du hast du ja dankeschön wie kann ich es aufnehmen mit e mit e e passiert nix man muss schon drauf schauen ach von der seite tolle game engine äh wir flächeln ah ja wer war es simon es war so klar dass es simon ist ja der däte hat nicht schon 10.000 mal geschrien dass es simon ist ich weiß aber ich hab simon nie wieder gesehen warum hast du dann wenigstens den anderen typen nichts gesagt hä was ich bin hat simon gesehen es ist so sicherlich und ich bin selber simon war gut gespielt die dummheiten mit spielern lassen offiziell erlaubt verpiss ich kacke ich häng fest du musst die tür zu machen ok ich würd gern spiel spielen äh der däte gibt mir jetzt die golden eagle und dann schieß ich jemanden random und dann bin ich gut und dann es wäre im Prinzip ob ich eben in den richtigen erschossen hab ok ähm wer hinter server grad wiskis täte der kannst du mir geben ich hab im letzten mal auch die golden eagle äh das server lag grad bisher gib mir die golden eagle das server lag grad und wenn jemanden random damit erschießt nein das server lag grad random finde ich immer gut hallo gut dann gib mir die hallo das gibt mir die golden eagle gib mir hallo ich hab grad übertriebenen hart um ok den wehrm ja gut ich bin wieder da ok ok ähm wir haben jetzt die golden eagle Wer hat denn erschossen eigentlich? Niemand, als Wind Disconnected ist er gestorben. Es war der Jager. Hey, nein, er hat Headshot gekriegt mit der Sniper. Whisky nimmt's noch auf. Ja. Achso, gut. Sonst hätte ich gerankelt. Hä, Whisky hat mit der Sniper einen Headshot gekriegt? Das ist Disconnected. Dann wäre doch seine Leiche auch weg, oder nicht? Wer ist jetzt noch am Leben? Der hat immer davon geschault. Oh, oh, oh! Oh, oh, oren! Ey, ey, ich warte mir aus, fucking! Wer das Silvans? Silvan, der da oben ist. So, ich hab ihn getötet, ich confirm ihn. Er war kein Traitor. Er hat gerade gesniped, als ich hochgeguckt hab, sorry. Er wollte mich jetzt verarschen. Ja, Silvan ist der andere. Der Diegel. Was hast du gegen die Diegel? Aids. Hast du Aids? Oh Mann, ey, Legio, warum hast du nix gekauft, ey? Wer ist jetzt noch alive? Ich. Silvan ist es doch. Okay. Nee, ich will, man kann aber nicht noch weiter rumzuziehen. Ja. Du bist auf die Welt. Du bist auf. Ich bin hier. 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 Oh Gott, ey. Ey. Oh ne, wo bist du denn hin? Seh' dich gar nicht mehr. Das war ungefähr das langweiligste Ende einer PZT-Runde, die ich nicht vollkommen könnte. Ja, wenn du dich da hochstellt, bist du auch selbst schuld. Aber ich hab wisst, wie schnell er chancen, bevor er einen Golden Degel herkaufen konnte. Und ich hab mir übrigens das gekauft gehabt, ich hatte einen Silent Swox, da liegt er. Tut mir leid, aber ich dachte, er sei Traitor, weil er ist da hoch. Ich hab wisst, er ist T-Nike. Mann, das war aber richtig blöd, ich bin zuerst festgepackt, dann hatte ich einen Disconnect, dann war ich wieder da. Und dann war ich tot. Nein, du warst schon einfach an tot. Ja, du warst halt echt tot, das hat ausgesehen, dass du einen Disconnect gestimmt. Tut mir leid, ja. Und dann war ich oben mit Tim und dann kam der Traitor-Kollege, Nunehm, und hat einfach den Typen erschossen. Und ich wurde auch angeschossen, hab einfach geschrien und hab so getan, dass er auch tut. Ich geh durchs Feuer. Und das hat jeder nicht gecheckt. Das hat jeder nicht gecheckt. Und dann bin ich da hinten. Und dann komm ich hinten, schieß mich so an. Und er one-tippt mich einfach weg. Bis zum nächsten Mal.